Wir werden nicht alle sterben. Ich möchte die Probleme, die uns in Zukunft erwarten, als eine Art Herausforderung sehen. Wir sind in einer Sackgasse, aber das würde Frau Ministerin nie zugeben. Und deswegen lügt sie. Voll tanken! Warten Sie, ganz ruhig. Sofort! Warten Sie! Wir müssen Sie evakuieren. Das ist eine Übung. Richtig? Es ist nicht die erste Krise, wir werden auch diese überstehen. In 48 Stunden wird es Ihnen nichts mehr zu essen geben. Na los, aufsteigen! Steigen Sie auf der Stelle aus dem System aus, das Sie kennen. Improvisiere, finde eine Lösung. Wir können den Zusammenbruch nicht entkommen, Ihnen aber überleben. Alles wird verstrahlt. Ach du Scheiße. Ich kümmere mich darum, ich... Absurd zu denken, dass wir im 21. Jahrhundert gegen so etwas nicht gewappnet sind. Ich kümmere mich darum, dass wir im 20. Jahrhundert gegen so etwas nicht gewappnet sind.